So, ich bin bereits in der letzten Stadt. Hier ist Radeberg. So, hier fließt die große Röder. Und hier ist die Radeberger Brauerei. So, zehn Stunden sind um. Und reichlich vier Stunden habe ich noch vor mir. Dresden. 14 Kilometer. Nur noch Straße. Landkreis, Grenze. Oh, nee. Hilfe. Noch elf Kilometer. Ich muss schneller gehen. Noch ungefähr zehn Kilometer. 46 Kilometer bin ich noch schon. Und 56 wären es. So, Leute. Jetzt ist es 17 Uhr. Jetzt laufe ich schon seit zwölf Stunden. Und wahrscheinlich geht es noch zwei Stunden. So, Dresden. Gleich ist Dresden da. Es sind zwar dann immer noch einige Kilometer, aber immerhin bin ich schon mal in Dresden. So, jetzt Dresden. So, mal ein Stückchen von der Hauptstraße weg. Ja, auch nicht ganz. Meine nichts, Alter. So, 18 Uhr. Ich bin jetzt seit 13 Stunden unterwegs und ich muss jetzt erst mal hier über die Waldschlösschenbrücke. Hm. Den könnte ich jetzt echt gebrauchen. Nee. Ich muss zu Fuß laufen. Riesige Eltwiesen hier. Riesige Eltwiesen hier. Ach, ich muss jetzt wahrscheinlich hier runter, um auf den Weg da unten zu kommen. Nicht schlecht. Geil. Die Brücke ist richtig gut. Kein Bock, dort zur Treppe noch hinzugehen. Geh ich einfach mal hier runter. Oh, ha. Dann kann quasi hier die Treppe hochgehen und dann nur unten am Fluss sind und hier wieder runtergehen, den Fluss überqueren, von Wiese zu Wiese. Was ist das? Ernsthaft? Geil. Gemälde im Ast. Ah, das Dampfschiff Leipzig war in meinem Stadtfestvideo auch zu sehen. Ne, Moment mal. Das Stadtfestvideo kommt noch. Das habe ich ja noch gar nicht veröffentlicht. Ups. Da muss ich noch dran arbeiten. Ah, die Fähre fährt auch noch. Boah, wie weit ist denn das jetzt noch? Boah, nee, 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 nee. Ey, die habe ich ja fast gar nicht gesehen. Die ganzen Gänse hier. Ich weiß nicht, sieht man die jetzt noch? Ich gehe mal ein Stück näher ran. Na? Die haben aber eine geringe Fluchtdistanz. Zwei bis drei Meter hier. Die trauen sich was. Ja, es sind halt immer noch über eine halbe Stunde Fußmarsch. 19 Uhr. 14 Stunden unterwegs. So, immer noch ein halber Kilometer. Die letzten Meter ziehen sich immer länger. So, mal sehen wie viel. 75 Prozent. So, ich wette, der hat auch über 50. Nein, da lag ich daneben. 42. Jawohl, ich bin da. 14 Stunden und 20 Minuten. Und jetzt gehe ich schön ins Bad. So, das war es dann mit dem Video. Und dann sehen wir uns wieder bei neuen Videos. Tschüss. Tschüss. In 400 Metern rechts fahren.